Schimmel entfernen ohne Chemie. Dazu benötige ich eine Leiter, Essig, einen Borstenpinsel, klares Wasser und ein Lappen oder einen Schwamm. Als erstes trage ich mit dem Pinsel den Essig direkt auf den Schimmel auf. Wichtig ist, dass der Essig überall hinkommt und keine Stelle frei bleibt. Danach lasse ich den Essig für ca. eine Stunde einwirken, damit der Essig natürlich eine bessere Wirkung hat. Wichtig wäre im Vorfeld abzuklären, weshalb der Schimmel überhaupt entstanden ist. Jetzt nehme ich ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm und entferne die Reste. Das mache ich auch mit Sorgfalt und so lange bis der Schimmel entfernt ist. Und nun gutes Gelingen.